Wissen Sie überhaupt, was das ist, in der Schmiere, Herr Doktor? In der Schmiere, das ist ein Platz, ach, ich möchte sagen, ein Plätzchen, wo wenigen Quadratmetern mehr Hingebung verlangt und gegelten wird, als Sie es sich in Ihrem bürgerlichen Leben überhaupt vorstellen können. Es ist eine Römer-Tragödie. Nee, Herr Professor, eine Römer-Tragödie. Bevor Sie weitersprechen, das wäre was für mein Theater. Der Raub der Sabinerinnen. Nee, der Raub der Sabinscherinnen. Das Stück müssen Sie mich lesen lassen, ich nehme es gleich mit. Das Stück ist nicht von einem meiner Freunde, es ist von mir selber. Nee, nee. Nee, nee. Nee, Herr Doktor, darauf kann ich mich nicht einlassen. Der Römer-Frau. Das ist zu Ende. Ein bisschen. Ne, Leopold, du alte Sau. Lungen Sie in einem Theater rasen. Was gestrichen ist, das kann ich durchfallen. Sie müssen die Reichen aus meinen Sichten. Wie haben Sie denn das erraten? Zwei Tage später, im Freischütz. Ach, Sie reden auch Oper. Nun klar, das heißt, die Musik lassen wir weg. Ich stelle Ihnen, wo ist die Hasenfote? Wo ist die Hasenfote? Ich habe Ihnen so eine Hasenfote. Ich habe das Gefühl, es wird ein wundervoller Abend heute Morgen. Unter Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Au revoir, meine Damen! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Das alles wird von einer Schmiere geleistet. Und ich bin der Direktor. Ich empfehle mich. Vielen Dank. Applaus